Die Mädchen sind so sehr mit sich selber beschäftigt, dass die Jungs sich zusammenschließen, um den Vorarztstoll näher zu erforschen. Dabei entdecken sie einen Geheimgang und stoßen auf eine geheimnisvolle Maske. Als die drei plötzlich entfernt Musik hören, folgen sie dem Klang und machen eine fantastische Entdeckung. Der geheime Gang führt direkt ins Schloss. Inzwischen haben sich die Mädchen versöhnt und Isabel hat Baroness Laura als neue Freundin gewonnen.